herzlich willkommen zu unserem youtube channel gluten free with me heute in der dritten ausgabe drittes video unserer ich nenne sie mal kaffeemaschinen triologie heute beschäftigen wir uns über reinigung und zubehör ein ganz wichtiges thema meiner meinung nach hey was muss ich tun damit die maschine mir immer spaß macht damit der kaffee auch immer schmeckt da ist reinigung eine sehr wichtige sache und damit wollen wir heute mal starten ja fangen wir an vollautomat beim vollautomat ist es echt toll weil er reinigt sich von alleine beim an und aus machen wird einmal immer gespült wer sieht es hier reste von 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 kaffeepulver oder von vom kaffee vom kaffee selber werden einfach ausgespült und damit ist die sache gegessen ja man hat saubere schläuche schönes bei vollautomaten die haben einen sensor der sagt wenn der kalt reste irgendwo sind oder wenn das wasser zu viel kalt angesiedelt hat dann macht man den kalker hier rein lässt zu spülen und hat das thema auch gegessen mag ich meine wie oft musst du in kalt was zeigt die maschine an und natürlich auch an wo du wohnst wasser herrte grad und so weiter oh ja ich würde sagen alle vier bis sechs wochen kann man mit leben meiner meinung nach also alle vier bis sechs wochen ist super das andere macht sie von alleine das ich werdet euch erinnern am ersten video mal gesagt es ist schade dass man sehr oft wasser auffüllen muss das ist eins der gründe aber andererseits glaube ich kann man das ganz gut verkraften wenn man weiß dass die maschine dafür immer wieder die schläuche auch sauber macht das war es eigentlich zum großen und ganzen von reinigung beim siebträger wiederum ist es etwas umständlicher siebträgermaschine wie reinige ich meine siebträgermaschine was ich auf jeden fall immer macht vor einem kaffee und nach einem kaffee sehr gerne ich lasse einfach mal wasser laufen damit die rückstände oben in der grube runter laufen ansonsten nehme ich alle zwei tage meinen blind sieb ihr seht da ist quasi sind keine lösche somit lasse ich das wasser hier sammeln war zu circa zehn sekunden bis sich immer viel druck auch in den leitungen befindet sind die leitungen schön voll macht das runter und wie ihr seht kommt dann hier unten das trägliche wasser im endeffekt ist das genau das gleiche was der vollautomat macht beim ein und ausschalten gleiches prinzip die schläuche werden sauber gemacht einmal die woche was ich noch zusätzlich macht bei der maschine ist eine eine grundreinigung will ich es mal nennen da gibt es spezielles reinigungspulver für auch tabletten dafür ich nehme mal das pulver für siebträgermaschinen dann macht man ein bisschen was rein wer sieht es sieht aus wie waschpulver ja das ist ein bisschen wasserlau reinlaufen klatscht das hier rein und hier genau das gleiche prinzip zehn sekunden laufen lassen ich lasse jetzt mal nicht ganze zehn sekunden laufen wieder runter wieder rein wieder runter jetzt haben wir die maschine habe ich heute morgen frisch sauber gemacht deswegen wenn wir da nicht so viel rechte sehen aber normalerweise kommt dann hier braunes wasser rein das ganze würde ich zehn mal machen nach zehn mal haben wir die brühgruppe gut sauber gemacht lassen das hier auch laufen so dass das wasser rausgeht ja dann hat man die maschine sauber gemacht entkalkung ist hier echt ein etwas komplizierteres thema ich muss sagen wenn ich im kessel des kalk weg bekommen möchte bringe ich die maschine weg zu meinem händler des vertrauens ich benutze aber auch einen filter generell würde ich euch das auch ans herz legen ob vollautomat siebträger ob teekocher es gibt filter kannen wo filter drin sind wo man wasser durchlaufen lässt dann unten kalkfreies wasser rauskommt wir linken alles unten drunter wenn ihr reinguckt im kommentar oder beziehungsweise in der freien fläche sind verlinkungen wo ihr die ganzen sachen auch selber nachkaufen möchtet wenn ihr wollt wo wir reiniger entkalker kaffeemaschinen zubehörer jetzt gleich dazu kommen alle mit drin sind was ich noch macht sind diese siebträger die nehme ich auseinander legt die eine schüssel rein macht das zeug rein heißes wasser und lasst über nacht stehen dann werden die super sauber ja auch da das wohl will ich damit sagen wer ihr seht bei einer siebträger maschine ist das ganze ein bisschen auf wenn sie aufwendiger was ich aber vollkommen lohnt denn vom geschmack her muss das so sein man muss diese maschinen sauber machen sonst entstehen da auch rechte und diesen bitterstoffe zuständig und es ist nicht ist nicht gut was ich euch noch in den link rein machen wenn wenn ihr reinschauen würde wenn eine waage ich werde euch ein tamper der meiner meinung nach sehr sehr gut ist mit rein linken und meine kaffeemühle denke ich euch auch mit rein unten drunter ich gucke was noch wichtig ist ja pinsel braucht man immer mal zum sauber machen und ansonsten ja wenn wir auch schon wieder am ende angekommen von unserer von unserer serie es war schön euch mal über ein echt tolles thema was mich sehr gefällt euch was darüber zu erzählen danke dass ihr drin seid dass sie uns angehört angeschaut habt bitte like das ganze teilt ist abonniert uns und ganz ganz wichtig wir würden gerne unseren kanal mit euch zusammen aufbauen wenn es irgendwelche themen noch gibt die euch interessieren wo ihr sagt herrino da würde ich gern tiefer reingehen würde ich gerne mehr davon wissen schreibt unten drunter würden uns freuen ein video darüber zu machen ich wollte euch jetzt nicht so viel mit fachdingern oder mit mit tief in die materie reingehen aber wenn ihr interesse habt dann irgendwas sehr gerne schreibt wir würden uns freuen und wir freuen uns schon dass wir bald wieder kochen dürfen dann können wir auch was essen danach oder mag weil jetzt aber alle kaffeeschock hier aber alles gut hat trotzdem sehr viel spaß gemacht passt euch auf euch auf bis zum nächsten mal